Die Venus, auch bekannt als der zweite Planet von der Sonne, ist ein faszinierendes Objekt in unserem Sonnensystem. Ihre Umlaufbahn um die Sonne ist etwa 108 Millionen Kilometer lang, was sie der Erde in Vila-Lai-Hinsicht ähnlich macht. Die große Halbachse ihrer Umlaufbahn beträgt etwa 0,723 astronomische Einheiten, was bedeutet, dass sie der Sonne näher ist als die Erde, aber nicht so nahe wie Merkur. Obwohl die Venus der Erde gelegentlich näher kommt als jeder andere Planet, beträgt der durchschnittliche Abstand zur Erde etwa 1,136 astronomische Einheiten. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der Venus, ist ihre fast kreisförmige Umlaufbahn mit einer sehr geringen Exzentrizität von nur etwa 0,0067. Diesen nahezu perfekt kreisförmige Umlaufbahn macht die Venus zu einem einzigartigen Planeten im Sonnensystem. Allerdings ist ihre Bahn um etwa 3,395 Grad gegen die Ekliptik-Ebene geneigt, was bedeutet, dass die Venus die Sonne nicht genau in der gleichen Ebene wie die Erde umkreist. Eine weitere faszinierende Eigenschaft der Venus ist ihre retrograde Rotation, das heißt sie dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn um ihre Achse. Diese ungewöhnliche Drehrichtung ist einzigartig unter den meisten Planeten und Monden im Sonnensystem. Es wird vermutet, dass die Venus durch eine Kollision mit einem großen Himmelskörper beeinflusst worden sein könnte, was zu dieser ungewöhnlichen Drehrichtung geführt haben könnte. Die Atmosphäre der Venus ist eine der dichtesten im Sonnensystem und besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid, was zu einem extremen Treibhauseffekt führt. Dies führt zu Temperaturen von bis zu 464 Grad Celsius an der Oberfläche und macht die Venus zu einem der heißesten Orte im Sonnensystem. Obwohl es Hinweise auf mögliche Lebensbedingungen in der Atmosphäre gibt, wurden bisher keine überzeugenden Beweise für Leben auf dem Planeten gefunden.